Die SPD Sachsen ist ein Landesverband der SPD. Die SPD ist die drittgrößte Partei in Sachsen mit ca. 4600 Mitgliedern. Vorsitzender ist seit Oktober 2009 Martin Dulig. Geschichte Sachsen galt als Stammland der Sozialdemokratie. Wichtige Sozialdemokraten der ersten Stunde wie August Bebel oder Ferdinand Lassalle hatten hier ihre Wahlkreise oder wirkten vor Ort. 1863 wurde in Leipzig der ADAF gegründet und zur ersten Reichstagswahl 1871 kamen zwei der drei sozialdemokratischen Mandate aus Sachsen. 1879 wurde mit Wilhelm Liebknecht der erste Sozialdemokrat in den Sächsischen Landtag gewählt. Die SPD erreichte 15 Jahre später 15 Landtagsmandate. 1896 wurde nach preußischem Vorbild des Dreiklassenwahlrechts zur Wahl des Landtags eingeführt. Die Proteste der SPD gegen dieses Wahlrecht blieben erfolglos und die SPD schied aus dem Landtag aus. Mit dem Wahlgesetz vom 5. Mai 1909 wurde ein allgemeines Wahlrecht mit nur wenigen Einschränkungen eingeführt. In der Folge stellte die SPD 25 Abgeordnete im Landtag. Zwischen 1871 und 1933 galt Sachsen auch als das Rote Sachsen. Die SPD stellte während der Weimarer Republik mehrfach den Ministerpräsidenten und war bis 1927 an der Regierung beteiligt. In dem Landesverband bildete sich in den Jahren 1921 bis 1923 ein starker linker, marxistischer Flügel heraus, welcher die Koalitions- und Tolerierungspolitik der Gesamtpartei kritisierte und eine Volksfront anstrebte. Nach der November-Revolution bildete sich in Sachsen vom 15. November 1918 bis zum 21. Januar 1919 eine Regierung unter Richard Lipinski in der SPD und USPD jeweils drei Minister stellten. Vom 22. Januar 1919 bis zum 14. März 1919 wurde diese Regierung unter dem Sozialdemokraten Dr. Georg Gratnauer als SPD-Alleinregierung fortgesetzt, nachdem am die USDP die Regierung am 16. Januar 1919 verließ. Am 2. Februar 1919 fanden die ersten Landtagswahlen statt. Die SPD wurde mit ein und 40,56 Prozent der Stimmen stärkste Kraft, verfügte aber über keine absolute Mehrheit. Georg Gratnauer bildete eine Koalition mit der liberalen DDP. Diese Regierung sollte aber aufgrund der chaotischen Situation nur 14 Monate vom 14. März 1919 bis zum 4. Mai 1920 Bestand haben. Nachdem der mitteldeutsche Generalstreik im März zu Ende gegangen war, ohne sein Ziel der Sozialisierung der Industrie erreicht zu haben, wurde im April Kriegsminister Gustav Neuring ermordet und General Georg Ludwig Rudolf Merker besetzte Leipzig und verhängte das Standrecht. Mit dem Kaputsch versuchten Rechtsextremisten die demokratische Ordnung zu beseitigen. Gleichzeitig versuchte Max Hölz mit militärischer Macht in Teilen von Sachsen den Sozialismus einzuführen. Am 22. April gab Gratnauer auf und der Landtag wählte am 4. Mai 1920 Wilhelm Bok mit den Stimmen von SPD und DDP zum Ministerpräsidenten. Nachdem der Landtag einstimmig die sächsische Verfassung verabschiedet hatte, kam es am 14. November 1920 zur Neuwahl des Landtags. Die Regierungsparteien erleiden dramatische Verluste. Die SPD erreicht nur noch 28,34 Prozent der Stimmen. Wilhelm Bok wechselt die Strategie und bildet nun gemeinsam mit der USPD eine Regierung. Aufgrund der vorangegangenen Verluste ist es aber eine Minderheitsregierung, die auf die Unterstützung von bürgerlichen Abgeordneten angewiesen ist. Die von Hölz betriebenen Märzkämpfe in Mitteldeutschland finden in Sachsen nur geringe Unterstützung. Nachdem der Landtag am 14. September 1922 gegen die Stimmen von SPD und USPD aufgelöst wurde, kam es am 5. November 1922 zu Neuwahlen, bei der sich die SPD wieder auf ein 40,78 Prozent erholen konnte. Wilhelm Bok blieb geschäftsführender Ministerpräsident einer SPD-Minderheitsregierung. Am 30. Januar 1923 stürzte das Kabinett Bok über einen Misstrauensantrag der KPD. Am 21. März wird der linke Sozialdemokrati-Richtseigner mit den Stimmen von KPD und SPD zum Ministerpräsidenten gewählt. Die proletarischen Hundertschaften wurden als paramilitärische Organisation gebildet, um die parlamentarische Demokratie zu stürzen und eine sozialistische Diktatur zu errichten. Während diese Kampfverbände im Rest Deutschlands und insbesondere in Preußen verboten wurden, wurden sie in Sachsen unter Billigung der Regierung ausgebaut. Doch der deutsche Oktober, der geplante Putsch wurde durch die Reichsregierung verhindert. Nachdem Zeichner am 10. Oktober 1923 zwei Mitglieder der KPD in seine Regierung aufnahmen, wurde er am 29. Oktober 1923 durch Reichspräsident Friedrich Ebert unter Anwendung der Reichsexekution als Ministerpräsident abgesetzt. Nachdem Reichskommissar Dr. Rudolf Heinze vom 29. Oktober 1923 bis 31. Oktober 1923 die K-Sekundenamt des Ministerpräsidenten bekleidet hatte, wurde Alfred Fellisch mit den Stimmen von SPD und DDP zum Ministerpräsidenten gewählt. Er bildete eine SPD-Minderheitsregierung, die aber bereits am 14. Dezember an einem Misstrauensantrag der DDP scheiterte. Am 4. Januar 1924 wurde Max Heldt, der letzte Ministerpräsident der SPD, in Sachsen gewählt. Er gewann eine Mehrheit aus DDP, DVP und 25 der 40 SPD-Abgeordneten für sich. Dies war der Beginn einer erneuten Spaltung der sächsischen SPD, des sogenannten Sachsen-Konflikts. Der Landesparteitag der sächsischen SPD am 6. Januar 1924 missbilligte die Regierungsbildung und forderte die Fraktion auf, eine Koalition mit der KPD zu bilden. Die innerparteiliche Diskussion eskalierte weiter und führte am 25. März 1926 zum endgültigen Zerfall der SPD-Fraktion. 23 Abgeordnete bilden die alte Sozialdemokratische Fraktion und 18 Abgeordnete verblieben in der SPD-Fraktion. Am 31. Oktober 1926 erreichte die SPD 32,14 und die ASPD lediglich 4,15 Prozent der Stimmen. SPD und KPD verfehlen aber eine Mehrheit. Max Held bildete eine Regierung, der ASPS-DDP, DVP, WP und ab Juli DNVP und VRP angehörten. Auch nach den Landtagswahlen 1929 und 1930 gelang den Sozialdemokraten keine Regierungsbeteiligung. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wurde die SPD Sachsen verboten. Die Sozialdemokraten mussten die politische Arbeit einstellen, in das Exil oder den Untergrund gehen. Bereits am 10. Juni 1945, früher als die Westalliierten in ihren Sektoren, hatte die sowjetische Militäradministration in Deutschland die Etablierung antifaschistisch-demokratischer Parteien in der sowjetischen Besatzungszone zugelassen, um über die Parteizentralen in Berlin den Prozess der Parteibildung in Deutschland zu beeinflussen. In der Folge bildeten sich Vielfachortsvereine der SPD, die sich zunächst auf Bezirksebene zusammenschlossen. Am 16. Mai 1945 gründete sich der Bezirksverband Chemnitz und wählte August Friedl zum Vorsitzenden. Der Bezirksverband Dresden folgte am 26. Juni 1945 und bestimmte Albert Mayer, Heinrich Linden, Ludwig Hoch, Paul Bergner, Walter Leipat, Hugo Klare und Frau Rode als Vorstand. Der Bezirk Leipzig bildete sich am 3. Juli 1945 und wählte Stanislav Trabalski, Rudolf Rote, Ernst Schönfeld, Bernhard Dietz und Ernst Tutrott als Vorstand. Am 27. Juli 1945 folgte der Bezirk Zwickau mit den Vorständen Rudolf Kautsch und Richard Hensch. Als letzter Bezirk wurde der Bezirk Görlitz im September 1945 gegründet. Der Landesverband Sachsen wurde am 26. Juni 1945 gegründet. Der erste Landesparteitag in Freital am 5.7. Oktober 1945 bestimmte Otto Buchwitz als Vorsitzenden. Daneben bestand der geschäftsführende Vorstand aus Arno Haufe, Walter Leipat, Clemens Dölitsch, Felix Gaden. Der engere Vorstand umfasste noch Arno Hennig, Gerhard Förster, Paul Gärtner, der erweiterte Vorstand. Je zwei Vertreter der Bezirke Dresden, Chemnitz, Zwickau, Leipzig und Görlitz. Otto Buchwitz war ein Befürworter des Zusammenschlusses von SPD und KPD zu SED und betrieb den Zusammenschluss in der SPD Sachsen aktiv. Aber auch in Sachsen war der Zusammenschluss durch den Druck der Besatzungsbehörden auf die Mitglieder geprägt und hatte den Charakter einer Zwangsvereinigung. Am 6. April 1946 fand der zweite und letzte Landesparteitag der SPD Sachsen in Dresden statt. Bis 1989 bestand nun keine Aussicht auf eine Wiederzulassung der SPD in Sachsen mehr. Die ursprünglich vereinbarte Parität zwischen SPD und KPD-Funktionären in der SED wurde schon bald aufgegeben. Eine Vielzahl von sächsischen Sozialdemokraten fielen den folgenden Säuberungen zum Opfer oder mussten in den Westen fliehen. Nach der Friedlichen Revolution, nach der nur kurzen Wiederbelebung der Sozialdemokratie zwischen 1945 und 1946, konnte die Partei nach der Friedlichen Revolution 1989 an alte Erfolge nicht wieder anknüpfen. Am 26. Mai 1990 erfolgte die Wiedergründung des Landesverbandes Sachsen. Ein erster Vorsitzender wurde Michael Lersow. Bei der darauffolgenden Landtagswahl 1990 erreichte die Partei mit 19,1 Prozent und 32 Mandaten ihr bis heute bestes Ergebnis. Als Spitzenkandidatin der SPD trat Onkel Fuchs an, die aber nach der Wahl keine Aufgaben in Sachsen wahrnahm. In der Fraktion setzte sich Karl-Heinz Kunkel gegen den Landesvorsitzenden Michael Lersow in einer Kampfabstimmung durch. Die Rivalität der beiden Politiker sollte die Politik der SPD der Folgejahre bestimmen. Bei den Landtagswahlen am 11. September 1994 büßte die SPD 2,5 Prozentpunkte ein und kam nur noch auf 16,6 Prozent. Bei der Landtagswahl 1999 überholte die damalige PDS in Sachsen erstmals die SPD, die nur noch 10,7 Prozent der Stimmen erreichte. Nach der Landtagswahl 2004, bei der die Partei mit 9,8 Prozent erneut verlor, bildete sich aufgrund der schwierigen Mehrheitsverhältnisse im Sächsischen Landtag eine Koalition aus CDU und SPD. Mit Thomas Jürg als stellvertretendem Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminister sowie Barbara Ludwig als Leiterin des Wissenschaftsressorts übernahm, deren Amt nach ihrer Wahl zur Chemnitzer Opfer von Eva-Maria Stange übernommen wurde. Die sächsische Sozialdemokratie damit erstmals seit 1945 46. wieder Regierungsverantwortung. Nach der Landtagswahl vom 30. August 2009, bei der die SPD 10,4 Prozent der Stimmen erhielt, schied sie jedoch wieder aus der Landesregierung aus. Nachdem Ministerpräsident Stanislav Tillich eine Koalition mit der FDP bildete, nach der Landtagswahl 2014, bei der die SPD erstmals wieder leicht auf 12,4 Prozent zulegte, übernahm die SPD Sachsen erneut Regierungsverantwortung in einer Koalition mit der CDU. Der Landesvorsitzende Martin Dullig wurde stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschafts- und Arbeitsminister. Eva-Maria Stange wurde erneut Wissenschafts- und Kunstministerin. Zusätzlich übernahm Petra Köpping eine neue Ministerstelle für Gleichstellung und Integration. Struktur Die Landespartei organisiert sich in ca. 155 Ortsvereinen, die zu 13 Unterbezirken zusammengefasst sind. Die deckungsgleich mit den 2008 gebildeten 10 Landkreisen und 3 kreisfreien Städten sind. Ergebnisse bei den Landtagswahlen Vorsitzende Vorsitzende Die Hausform Ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020